Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rayman Legends. Weiter geht's. Soundcheck. Weiter. Back to Origins. Ja. Das ist schon wie ein Moskito-Level. Das seh ich doch schon. Unter-Wasser-Duell. Okay. Okay. Huh. Das ist ein bisschen schwierig. Das ist ein bisschen schwierig. Oh, das hat nicht mehr geklappt. Wow. Wum. Doch, nö. Yay. Oh, Mann. Ich hab schon viel ver... Was? Wow. Wohohoho Kriegt noch 50, also muss ich noch 50 sammeln Wohoho Oh, geklappt Wohoho Blödes Nein Ein blöder Wurm Wua 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 Wurm 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 Wua Ja genau, jetzt geht mein Akku alle Ach, hier unten ist nichts versteckt Wuhu Ah, Timer, warum muss das immer jetzt sein? Und ich kann gerade nicht aufladen Aufladen Na, was ist das? Geld Und das ist nicht so knapp Oh ja, jetzt kommt das Oh Oh, ich hab ihn Hi Bleib hier Oh 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 Knapper als knapp Was den Was die Rooms angeht Meine ich zumindest Das war knapp Mal gucken was ich kriege Sieht nach allem Kuscheltier aus I like Shuvia-Yetem, ich get it So das war alles Das war jede Menge Jetzt noch ein Bosskampf Das kriegt alles für einen Part hin Ah Keine Ma I Au Au. Ich schreibe mir jetzt, was zu verfolgen. Nein! Ich hab da auch was vergessen. Na! War der halt knäckig. Ja! Das war gekonnt. Ja! Wie schnell muss man sein? Ich bin! Hör 2! Hahaha! Hör 2! Hör 2! Hör 2! Hör 2! Hör 3! Ah, ich bin so... Was soll das? Wo sollst du denn da oben springen? Ich bin jetzt irgendwie ein bisschen schlechter als vorher Och, hab ich getroffen? Was soll das? Wieso hängst du? Wieso hängst du? Ja Na, eine treffe ich nicht Einen! Nein! Nein! Ich bin jetzt gerade richtig schlecht Nein! Nein! Fuhu-fuhu-fuhu-fuhu Nein! Nein! Was soll denn das denn? So! Was soll das? Wieso springst du nach hinten? Warum? Habe ich überhaupt einen Zorncheck gemacht? Ich glaube, ja. Ich vergesse immer, ob ich einen Zorncheck gemacht habe, oder nicht? Oh, ich weiß noch nicht, Oh, es quelle es? Wow. Das war's für heute. Ich muss wieder meine Finger ausrichten Hallo Boss Oh Ah, wo kommen diese Wanden? Viecher her Hallo So, und das Vieh ist weg Ja, hier ist genau in der Fresse gewesen König der Nähle oder was? Was? Ja, den Pokal habe ich jetzt nicht bekommen, aber egal Und wieder ein paar glückslose mehr Okay, das sind 10.000 Ist schon wieder Geld 500 Das ist jetzt ein Kuscheltier Noch ein guttel Tier Und wieder Geld Ah, das lohnt sich mal wieder So Und ich würde sagen Ich mache jetzt hier einen Cut und Bis zum nächsten Part